Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Chest Opening. Wie ihr sehen könnt, sind wir bei Ash auf dem Device bzw. Account unterwegs. Und er hat uns dieses Material zugesendet. Es ist richtig, richtig wert. Er hat nämlich mein Turnier gewonnen, das 100k-Turnier, und kriegt hier eine 6.000k-Karten-Kiste. Als allererstes 31.872 Gold. Dann kriegt er den Bowler einmal unlocked. Und so fängt es schon an. Das ist direkt nach dem Update gewesen. Und dann zieht er 243k-Karten von den Cannons. Und hat immer noch 36, ob ich 257 mal den Mord da. Ich sehe das gerade selber zum ersten Mal. Den Ice Spirit 268 mal. Wie krank ist das denn, ey? Noch 35 Karten immer noch in der Box drin. Und er hat den Ice Spirit, den Eisgeist, schon 268 mal ins Gesicht geklatscht bekommen. Wie heftig ist das denn? Denn 270 Spear Goblins, das wären bei uns einfach nur die Speer-Kobolte. Barbaren 275 Stück. 32 Karten übrig. Jetzt kommen ein bisschen Neidgeschichten. Der Tesla 279 mal. Ich habe das Gefühl, es kommt einfach alles immer 260, 250, 280 mal, 57 mal die Valküre. Auch nicht schlecht. Hat er auf Level 7. 177 Karten hat er davon. Den, naja, den Ofen. So ist es halt. Spiele ich persönlich sehr, sehr selten. Aber da freut man sich doch trotzdem drüber. So eine Karte. Vor allem, wenn man nichts dafür bezahlt. 70 mal den Mini-Bäcker. Ich raste aus, Alter. 70 Karten. Wow. Wow. Was? Was? 512 Ryan Dines? Was geht denn ab, ey? Was soll es? Was? Ist das gemein? Ich will diese Kiste haben. Der soll mir die Hälfte davon abgeben. Tombstone. Weiß ich nicht. Auch so eine Karte, die irgendwie nie von mir gespielt wird. Der kleine Söp. 539 mal. Ja, kann man machen, ne? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Und das Ding ist, der Junge hat immer noch 25 Karten in der Kiste drin. 540 kleine, kleine Kobolde. Ich nenne sie auch gerne Messerkobolde. Der 5... Ne, 79 mal Bombentower. Den klickt er so schnell weg, das kann er gar nicht glauben. 564 finde ich ziemlich geil. Finde ich richtig geil. 564 von den Bogenschützen. 571 Minions. Minion Horde spiele ich momentan ganz, ganz selten. Aber nichtsdestotrotz würde ich nehmen. Würde ich direkt nehmen. Ja, gut. Die Super Mega Death Rocket klickt auch schneller weg. Entferne. Hm. Spiele ich selten. Giant Skeleton. Achtmal. Auch jetzt nicht so häufig. Trotzdem hat er immer noch 18 mal. Kann er noch drücken. Wow. 18 von denen. Die würde ich nehmen. Fireball. Ja. Ja. 131 Fireballe. Ja. Wer bekommt man? Ich meine. Klar. Natürlich. Natürlich. Ja. Ja. So langsam geht der Hype ein bisschen weg. Ja. Das sind alles angenehme Karten. Aber wo bleibt das richtig dicke Zeug? Jetzt kommen wir so langsam Richtung Ende. Ja. 153 Musketiere. Das ist auf jeden Fall. Ist okay. Ist okay. Skeleton Army. Hm. Hm. Komm schon. Ich will was dickes sehen. X-Bow. Klar. Kannst du zu Hause bleiben. Ich habe so gefühlt, er kriegt fast von jeder Karte. Kriegt er fast einmal. Ich meine. Wie viele Karten gibt es denn? Klar. Es gibt insgesamt mit der Welle 58 Karten. Das heißt, er kann nicht von jeder welche bekommen. Ich kriege hier den Wizard nochmal ins Gesicht geworfen. Es sind nur acht Stück. Und er klickt schon so ganz langsam. Es sind nämlich nur noch epische Karten. Da ist die erste. Legendary. Kriegt er hier einmal den Lava-Hund ins Gesicht gedrückt. Wunderschön. Unlockt er dann nicht. Nice. Das Kampfholz. Vielen. Ja. Gerne geschehen. Ja. Alter. Kampfholz und direkt hinter den Holzfäller. Lumberjack. Wie geil ist das denn? Der Typ geht so ab. Ich würde so ausrasten, wenn er es meint. Alter. Wie viele Legendaries sieht der denn da raus? Was soll denn das? Alter. Alter. Das gibt es doch nicht. Jetzt sieht er keine mehr. Das kann nicht sein. Er kann jetzt nicht noch Legendaries sehen. Er hat so viele Legendaries da rausgezogen. Rage Spell. Poison Spell. Da werden nochmal die Spells am Ende abgehakt. Richtig dick. Richtig dick. Richtig dick Legendaries hat er gezogen. Alter Verwalter. Krasser Scheiß. Ich verlinke euch seinen Kanal und die Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und alter hat sich das für ihn gelohnt, mein Turnier zu gewinnen. Wow. 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 Wow, Jungs. Richtig krass. Vielen Dank fürs Zuschauen. Richtig geil. Ich will das auch. Ich will das unbedingt gewinnen. Irgendwann schaffen wir das. Däumchen nach oben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Okay. Und wenn ihr jetzt mit den Daumen nach oben so richtig ausrastet. Wenn ihr so richtig ausrastet. Dann mache ich auch eine Super Magical Chest Opening. Und das auf meinem Hauptaccount. Und wenn wir aus diesem Chest Opening Legendary ziehen. Dann gebe ich eine Super Magical Chest raus. Hm. Eine? Eine Super Magical Chest. Läuft. Auß.